Welchen Wert hat das Leben im Zeitalter des Internets? Man hat keine wahren Freunde, bekommt nur Spam-Mails und dazu ständig dieses Mobbing. Man hat keine wahren Freunde, bringt nur Spam-Mails. Man hat keine Wahren, sondern kann nur Spam-Mails. Man hat keine Wahren, sondern kann nur Spam-Mails und dazu ständig sein. Warum? Warum hast du dich entschieden, diesen Weg zu gehen? Liebe Familie, macht euch keine Vorwürfe. Das Internet hat mein Leben zerstört. Ich kann den Druck des Mobbings nicht aushalten und somit dieser Welt nicht mehr gerecht werden. Passt auf euch auf und lebt wohl.